Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Mörder. Du hast dir ganz schön viel Zeit gelassen. Meinst du, dass das eine gute Idee ist? Dann wollen wir mal. Gut. Ich habe dich bezahlt. Du brauchst ein Rezept. Hab ich mir gedacht. Suchst du schon wieder Streit? Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Ich vertraue dir nicht. Alle, die in Verdacht stehen, etwas mit der Sache zu tun zu haben, werden getötet. Verdammt. Das sollte funktionieren. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Von allen Seiten schön knusprig braten. Wir sind zu weit weg von unserem Ziel. Ich glaube, dasYEnt. Ja, ich habe eslights fell. Dann hörâu Nummer shoes... Wo ist dahin? Well, ich mache es. Du bist вз recall. Vielen Dank.